So, äh, ja, wir sind's wieder, die StarCraft Zero Zero HD, ich, hier Luis im Hintergrund, wieder in die zweite Runde. Nochmal Aram, nächstes Mal mit einer Soraka, keine Ahnung, was die da gleich macht, auf jeden Fall ist die nur zum Heilen gut. Die Schuppé! Klar, gleich Tank, ey. Äh, scheiße, ich hab erst noch nie so wirklich gespielt, aber egal, äh, ich mach, glaub ich, erst mal hier Salve. Also, auf jeden Fall kann man die nackt am besten spielen. Echt? Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ich mach, glaub ich, erst mal alles, so. Aber diesmal geh ich auf AP, ey, scheiße, ich glaub, was du sagst. Äh, AD, mein ich, AD. Und dafür, keine Ahnung, ich nehm sogar die Empfohlen, ich glaub, das ist gut. In die Busch! Ah, doch nicht, doch nicht, doch nicht, schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Er hättest doch lieber auf mich gewartet, ich könnte meinen, äh, coolen Habicht-Schuss machen. Juhu! Wir müssen schnell weiter. Ganz schlechte Idee. Guck mich an, der Swag kommt an. Aha, die haben auch ne. Macht zurück! Aha, ja, okay, das wär jetzt super sinnvoll, wenn die rausgehen. Du bist der Schwester, oder? Gut dran! Und für ne Reichweite, wollen die verarschen? Stop taking damage! Porco Dio, Andi! Boah, dieser Ash, alter! Ah, scheiße! Ist weit weg. Ey, fünn mich mal. Damage. Ja, okay, wenigstens halten sie die. Fuck! Nicht die, die im Busch musst du angreifen. Ja, wollte ich auch zuerst, aber dann muss meine Maus ausgerutscht, wegen mein, äh, Fett an meinen Fingern. So. Weil meine Händenflächen bilden so Fett. Boah, f*** dich, Ash! Wie viel AD, alter, die hat 91 AD, ne? 91? Äh, was hat sie denn in seinem Kopf? Äh, die hat so nicht wie ich. Äh, wieso hat sie 91 AD? Wieso? Fuck, lass doch auf, cooldown! F*** dich, Ash! Ich hab noch 3 kill. Das sollte ich einsetzen. F***t euch alle, ihr seid fett. Ihr seid alle fett. Irgendwas damage mich die ganze Zeit, das ist so nervig. Äh, ja, die Ash damage mich auch die ganze Zeit. Nicht mit Ash! Die sitzt einfach nur im Busch und macht nichts, ey. Ey, die sitzt da eh wieder hier im Busch, ey. Das weiß ich nicht so. Ha, f*** dich. Wurde vorm Turan gekrafft. Die sind so, doch mal futze, ey. Ich mach die nicht. Ha! Was soll, Digga, was soll? Ja, die ist richtig scheiße, mal. Ja, GG. Ich denk mal, die ist da im Busch. Ich weiß nicht, wieso ich das weiß, aber ich denk mal, ich weiß es. Oh, oh, ich könnte ja mal coolen Dings machen. Scheiße. Ja, Leck. Das ist so schwul, ne? F*** dich. Feister, ah nein. Ich komm nicht ran. Ja, tritt auch nicht. Boah, f***. Ich kann dich ja so nicht fahren. Boah! Oh, ho, ho. Jetzt hab ich's glaub ich nicht gesehen. Scheiß drauf. GG. Boah, ich hab doch der Dings. So eine Pfeife, der Typ, ey. Ja, ja, ja. Nein, scheiße. Wieso ich? Weil, was für ein Cast. Oh, oh, war das knapp. Der nur nur wie Rauch tut. Vielleicht sollte mein Dings acht Mal nach Poe Angriff. Äh, muss nicht, muss nicht. Ah, ah, f*** dich ja. Ha, ha. Ich glaub ich hab getroffen. Ats. Uh. Okay, ich sollte mich verbissen. Ich sollte mich verbissen. Ich sollte mich verbissen. Ich sollte mich verbissen. Oh, Mann, nein. Okay. Geilt, geilt, geilt. Super geilt. Ah, gut. Ach, jetzt hab ich ja mal ne tolle Ulti, ey. Cool. Oh, ist so geil. OP. Nee. Scheiße, ich hab keinen Mana für meine Ulti. Das ist auch krass. Krass. Ich glaub, ich bereue lieber meinen Mana für die Ulti auch. Scheiße, Wack ist doch nicht meilen, halt. Nein. Nein. Toine, was machst du? Geh. Geh. Und jetzt. Oh, ho, 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 ho. Okay, das war jetzt voll toll. Wirklich dumm von dir. Oh. Das war schön von Soraka. Das war schön. Ja. Cool. Mana. Genau. Stehen sie noch? Nein, fuck. Ah, das war gar nicht ich, jetzt hab ich mich geflasht. Ich wollt grad mal die Ulti auf, sie sofort zu tun, weil sie war zu weit, fuck. Und dann hat sie sie gemacht und jetzt bin ich sauer. Es ist 16.05 und es ist 5 Grad, was? Nein, ich bin so dumm, nein. Wie konnte ich das nur verfehlen? I don't know. Das würde sogar Sinn machen, das zu kaufen. Ich hab Ash mit zwei Attacken verfehlt, Alter. Lupe. Was findest du bei deinem 2500 Edo? 2500 Edo, auch wenn es kein Edo mehr gibt, aber ich hab's trotzdem. Ja, ja, genau. Ja! Das ist sogar K.O.P. Ich hab mir noch heilen können, die dumme Tussi, ey. Yay, 6-3. Fängt ja so an. Wieder. Ich hab mir, glaub ich, mal wieder diesen Pfeil. Und schieß ihn da rein und ich glaub, das hat niemand getroffen. Das hat auch Swag. Was ist das? Dein Ulti? Nee. Nein. Moment, halbe. Was war das von Sivir? Fuck! Was war das? Alter, wir werden so viel schalten. Sterb, Luna! Sterb! Sterb! Haha! Okay. Das war K.C. Ja, gute Idee, Trinder mir. Was macht er denn? Was macht er denn? Nein! Oh, jetzt Ulti. Nein! Oh! Boah! Man sieht meinen Skill an. Das ist heftig. Fuck! Kein Turm. Da war schon. Ah, ich hab sie noch getroffen. Cool. Ja. 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 Okay. Ja. Die sieht uns. Ha! Nichts getroffen. Geil. Geil. Guck dir meine Tüten an. Meine Rückertüten. Wir wollten eigentlich auch mit so einem anderen Typen hier spielen, aber er hatte anscheinend kein, äh, nein, kein Bock XD. Und deshalb ist er jetzt nicht drin. Und ich bin fast tot, bin ich grad. Ich kann mich auch nicht heilen. Das ist... Ich kann jetzt eigentlich sterben. Der Warbridge geht gleich. Hä? Bleib weg da. Ja, aber ich kann grad eh nix machen. Okay, das war gut. Jetzt kann ich wenigstens was machen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Dass die alle zu einem laufen, wenn Ryze sie Kugel auf einen drauf macht. Das ist nicht cool. Nunu ey, was macht der mit seine Ulti... Für eine... Für eine Person ey. Die sind da zu fünf. Die können das auch ohne Ulti machen. Couldn't get out. Ja, das ist ein Kodatius. Jaja, er ist ein Genie, ist der Junge. Ja. Er ist reingekommen, aber nicht rausgekommen. Das passiert mal. Kann die Tower nicht down bekommen von denen? Hm? LOL Leckt mich doch alle am Arsch. LOL Stürb, Nunu. Obwohl, erstmal hier die Dings-Type. Oh, jetzt Ulti, aber ich weiß nicht. Ja, das war sehr schlau. So weit hinten. Again. Nein. Scheiße, das war so weit hinten. Die Ulti könnte die töten. Ach, da ist er. Oh. Ach, schön. Bam, 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 bam. Oh. Nein! Scheiße. Da hab ich meine Ulti auch. So, Nunu stirbt aber gleich auch. Du bist gleich tot, Junge. Okay, sollte weggehen. Jetzt weiß ich, was du tun konnte. Warte, Nunu. Ich könnte meine E reinballern. Und dann meine Ehr. Und das würde dir voll umbringen, ey. Der würde ja richtig gefickt werden, aber... Ja. Hi E, du tippst vorhin Andros. Mein Spiel ist auch so gut wie ich. Das ist ein Schaden, Mann. Fickt euch alle. Fickt euch. Ihr kriegt mich nicht. Fickt euch. Wow. Ha, hast du das gesehen? Das war High Elo hier, ey. Ich hab auf F gedrückt. Ich hab mich hingeguckt. Ja, das ist... Das ist doch professionell. Blind Leute zu spielen ist auch was. Ja, auf jeden Fall. Derf den scheiß Tower irgendwie. Mach was. Du nicht! Du bist echt tot, Junge. Dann sag nicht wir das. Tötet die Minions. Oh, wieder Schlaf an mir. Yeah, cool. Cool. Swag. Fick dich Arsch. Ich mein, ich hab meine Kuh gar nicht an. Das soll ich mal machen. Ich hab zu viel Mana. So, Nunu. Nein. Oh Gott. Ich kann sowieso wenig bocken. Ich muss sterben. Ich könnte eigentlich den Dings... Wenn du ihn nicht bekommst, dann baller ich mal ne Ulche rein. Mach was! Nein! Nein! Hi! Dieser Nunu ey. Da steht ja schon drauf, dass er tot ist. Ja, das war wieder Schlau von denen ey. Lol. 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 So wie Genies am Werk hier. Ja. Ich, ich ne. Ich bin perfekt. Oh nein! Ich bin tot. Ja, aber diesmal sterbe ich weniger. Das... Ja. Das ist der russische Ton der... Lust. Den da Luis vorzübt. Halt die Fresse man. Das fackt mich grad richtig auf ey. So schlecht sind alle ne. Nice. Nichts ist nice, Alter. Wir können immer noch gewinnen. Hallo, so machbar! Ja, was soll ich denn machen? Ulti oder so. Ja, ich hab meine Ulti nicht. Das würde auch meine Ulti jetzt bringen. Nichts nicht mehr. Das ist der Karte. Kann ich mich heilen, die Alte? Sie halten mich. Nein! Ash hat mich echt getötet. Ja, natürlich. Oh, der Nude muss sterben. Ja, wir haben verloren. Ja, haben wir. Klar haben wir verloren. Alles halt wegen dir, ey. Ja. Guck dir, der Kandy ja an 1277. Fieder. Tut mir leid. Ja. Ich hoffe, du kannst mich noch einmal verzeihen. Nein. So, ob ich dir verzeihen kann, ey. Guck, guck. Diese Kandy, ey. Siehst du immer schnell. Okay, ich bin schnell. Ja. Nein, ich habe wirklich richtig scheiße gebaut. Guck dir den Warwick an. Wie soll man denn so gewinnen, ey? Ich gucke ihm gar nicht zu. Besser so, ey. Ah, ja, ja, ja. Du, ja, ja. Haha, lol. Haha, Doppeltötung. Was ist eigentlich hier? Lieber. Hier. Frisch das. Nicht mit dem Schild. Obwohl, doch. Das war... Ja. Eil doch den Schönen. Sieg du Scheißviech, ey. Sonst wäre den hässlichen geilt. Wow, Weg. Siehst du nicht, dass wir hinten sind? Lol. Sie sieht dich. Super, was heißt, ich stirb. So. Komm. Geh. Weg von mir. Geh. Von. Ich habe meine Kuh wieder nicht an. Okay, jetzt sollte ich weg. Was ich voll cool geopfert hat, so für mich. Ich bin so süß. Fick dich. Schön, danke. Ja, du bist so dumm, ne? Ja, ich wollte gar meine F drücken. So richtig, so... Super Saiyan-Modus reingehen und die töten. Aber nein, das geht doch. Höh? 4 gegen 5, uh, would flow, live, you rush. Was meinst du jetzt? Mama. Da muss ich immer noch Staubsaugen gehen. Nein, das ist ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich nicht Staubsaugen. Gleich so Soraka, ihre verborgene Nuti, der Atombombe, der Kühe. Und dann fangen wir an der Regen, so Kühe. Also, alle gewinnen. Ja, das ist nicht cool. Das ist einfach, dass wir das Spiel einbauen. Dann nicht. Alter, soll mich heilen? Heil mich, heil mich, heil mich! Wo ist denn? Ey, du bist tot. Oh, wirklich? Wieso bist du tot? Wieso, wie so viel ist du, ey? Guck dich an, ey. Guck dich an. Voll hinbekommen. Voll hinbekommen. Ja, fick dich. 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 Zuraka, you boy, you, 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 you're, you're boy, boy ring. Shut up. Might. Mate. Achso. Oh, dann, shut up. Fuck the god. Auch voll die coolen Leute hier. Genieeees, natürlich. Lololololol. Mit 3-Hit bin ich tot. Hast du das gesehen? Hast du denn solche... Los, Andros. Ja. Glaub an dich. Ich geb mein Bestes. Mach gleich mal ne Ulti und gib mir ne Dreifach-Tötung. Okay. Ich sterbe. Wenn ich hinkomme, irgendwann mal wieder. Nix GG, ey. Ich dreh hier gleich das Spiel um. Ich vollgott. Ja. Ich mach's, während ich tot bin. Du wirst sehen. Ey, komm nicht raus. Du fielst wieder an alles, ey. Fick dich. Alter, was soll ich eigentlich machen? Siehst du, siehst du, Mann? Mann. Sag ich doch, ey. Voll der Scheiß, Mann. Aber du hast wenigstens Heuristico getötet. Ich finde, egal, wie ich getötet hab. Nicht so kostiv. 15.10, Alter. Das macht mich grad traurig. Das regt mich richtig auf. Guck dir's mal an. Ja, ich seh's. Ich guck grad. Wieso, Aga, ist echt OP, ne? Ja. Ah, Kuh wieder. Ich vergesse meine Kuh. Ich fick dich, Nuru. Was zur Hölle, was? Ich wollte dich da vorne ran. Wurde ich irgendwie geviert oder so? Kann überhaupt jemand vieren? Äh, ich bin grad nach vorne gerannt, obwohl ich jetzt mal in die Wand. Ja, kann man nur die ganze Zeit meine Karten rein, da? Ja, ist ja das Einzige, was du tun kannst. Und da ist der Luis, und aber ist er weg. Und da ist er, und da ist er weg, und da ist er, und da ist er weg. Und da ist was tot. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich mach jetzt das. Okay, das wollte ich jetzt nicht eigentlich, aber... Irgendwas muss ich ja noch machen. Hi. Hast du das gesehen? Was hast du jetzt gemacht? Die SP... Scheiße, ich verfolge dich, das dumme Viech, ey. Stirn. Was machst du da? Du bist gleich tot. Nö, wieso? Ich stehe hier rum mit dem dummen Viech, das kann ich gar nicht bewegen. Nein, du bist gleich tot. Schauwörde. 1711. Lol, das sind die ganzen Loops. Oder auch nicht. Eigentlich, die haben wir ja gerade voll abgezockt. Fick dich drunter halt nicht. Nein, neben, neben. Nur der Ryze macht mega Schaden irgendwie. Dumm, 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 dumm. Ich kann auch fast nichts anderes außer Kills die anderen. Den scheiß Tower kaputt, man. Mann. Tja, ist mal hier, ist mal Vassal, ey. Nein, ist doch. Fick dich Vassal, du. Die sind so wohl. Nur ja, einer ist dümmere als der andere. Bei mir lag das auch gerade übelst, ey. Das ist nicht fair. Mann, der, mein, 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 mein Ping 561. Das wäre wirklich jetzt erst. Wieso zur Hölle ist mein Ping 416? Ah, nein, bist du schuld. Ist dein Speck wieder zu, keine Ahnung. GG, very fun. Was ist nochmal betrügen? Töte sie noch alle. Es war eine glorreiche Niederlage. Und wenn ich wieder respawne, dann ist es auf einmal. Vielfach Tötung. Okay, haut rein. Ah ja, ja, genau. Jetzt haben wir Verabschiedung. Haut rein. Tschüss. Und ich winke gerade, das sieht jetzt richtig bescheuert aus, weil ich gerade aus dem Fenster winke. Aber scheiße. Okay, tschüss, Leute.